Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Mittwoch, den 29. Juni 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Und mit wir meine ich natürlich, dass ich auch einen Interviewpartner habe. Grob skizziert auf der Tafel mit Datum sieht man schon, und das ist der Misha, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Misha. Hallo Andreas und hallo ans Publikum. Ja schön, dass wir heute über den Markt sprechen, bevor wir überhaupt was dazu sagen dürfen. Der Risikohinweis, denn das Ganze ist nur unsere persönliche Darstellung, unsere Meinung nach bestem Wissen und Gewissen, recherchiert keine Anlageempfehlung, keine Handelsberatung. Ja, der DAX hatte die Pluszeichen aus den letzten Tagen komplett wegradiert und ist aktuell an der 13.000er sogar. Also das ging schneller, als ich die Präsentation zusammenstellen konnte. Gibt es dafür heute eigentlich einen Grund? Nicht wirklich. Also genauso wie es nicht wirklich einen Grund dafür gab, dass der Markt letztes Mal wieder auf 13.300 angestiegen ist. Zweifach gibt es jetzt auch keinen wirklichen Grund für den Abverkauf. Es ist eben ein sehr nervöser Markt, ein auch relativ volatiler Markt von der Punktzahl und ein Markt mit wenig Liquidität. Das bedeutet eben jeder Kursausschlag oder jede Bewegung wird umso stärker projiziert in den Kurszahlen. Man sagt ja auch, es ist eher auch die Zurückhaltung der Käufer, die dafür verantwortlich ist. Und wenn man sich die Käufer mal ein bisschen großflächiger anschaut, dann kommt man auch um das GFK-Verbrauchervertrauen von gestern nicht umhin. Das war nämlich auf einen neuen Allzeittief. Das heißt, die Verbraucher überlegen sich zweimal, was sie kaufen, ob sie was kaufen. Das gilt im realen Leben genauso wie an der Börse meiner Ansicht nach. Ja, richtig. Wir hatten ja bestimmt, habt ihr schon mal darüber gesprochen, einen Wandel von letztem Jahr oder vorletzten Jahr, wo es immer hieß, buy the dip. Also immer, wenn es runterging, wird es aufgekauft. Jetzt ist es eher ein Verkauf für den Anstieg. Also sobald der Markt hochgeht, nutzen Akteure das eher mal zum Verkaufen als andersrum. Deswegen wird uns vielleicht die 13.000 auch noch ein bisschen länger beschäftigen. Das Jahrestief sieht man hier links im Bild so ein bisschen aus dem März. Das ist die 12.438. Kann man sich vielleicht notieren, falls sie nochmal kommt, dass man dann auf alle Fälle vorbereitet ist. Ja, die Käufer sind auch vorbereitet auf Preissteigerungen an allen Ecken und Enden. Und die trifft nun zum Beispiel auch die Food-Branche. Da wird nämlich geraten in der Szene, dass dort die Gebühren erhöht werden sollen. Das heißt ja letzten Endes, dass auch die Waren, also sprich die Pizza und die Nudeln, die ich mir bestelle, noch teurer werden. Ja, natürlich. Dieser Bullwhip-Effekt zum Teil, also Peitschen-Heap-Effekt auf Deutsch, der ja die ganzen Lieferketten betrifft, der setzt sich natürlich auch weiter fort. Und die Kosten geben die Unternehmen natürlich so gut, sie können weiter, auch in einem relativ preis-sensitiven Markt wie eben dem Lieferdienstmarkt. Und da gab es auch eine Meldung von einer Firma, einem der Marktführer Just E-Takeaway, die dazu führte, dass die Aktie heute ordentlich unter Druck geriet. Minus 18 Prozent sehe ich hier gerade. Genau, das stimmt auch. Die Just E-Takeaway, für die, die sie nicht kennen, ist die Lieferando. Also das ist der Name, der in Deutschland für die Aktie zum Meister verwendet wird. Oder einfach deren Tochterunternehmen. Und die stehen ja schon länger unter Druck, wenn man den längerfristigen Chart sieht. Heute kam allerdings dazu, dass der GrabHub-CEO, GrabHub ist ein Tochterunternehmen der Just E-Take, dass sie 2020 für sieben Milliarden gekauft haben, dass sie das nicht richtig loswerden können. Also sie suchen nach einem aktiven Käufer, weil sie sich mehr auf das Europageschäft konzentrieren wollen und weniger auf das Nordamerikageschäft, wo GrabHub stark ist oder wo es auch herkommt. Aber sie finden für nicht mal eine Milliarde einen Käufer. Und der GrabHub-CEO hat auch selber behauptet, dass er nicht sicher sei, ob das denn auch alles so funktioniert mit dem Verkaufen. Das heißt, kann man selber zusammenrechnen, das Unternehmen ist aktuell dreieinhalb Milliarden wert. Die haben damals sieben bezahlt und kriegen jetzt nicht mal eine Milliarde zurück. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr schlechter Deal. Anders kann man das nicht ausdrücken. Hinzu kommt heute noch das Bärenwerk, die ja in diesem Sektor viele Aktien covern und auch einen guten Stellenwert genießen, auch eine Sell ausgesprochen haben, gesagt haben, die Aktie ist nicht attraktiv zum Kaufen. Trotz des niedrigen Niveaus eben wegen des GrabHub-Deals, wegen Margenproblemen, die immer weiter anhalten und auch kein richtiger Gewinn zustande kommt. Und ja, dann kommt auch eine so relativ starke Kursreaktion zustande. Ja, Bärenberg hat auch das erste Rating überhaupt veröffentlicht zu der Aktie. Also vorher waren die gar nicht bei denen auf dem Schirm und dann gleich mit einem Sell zu starten. Das sieht natürlich nicht gut aus und bringt entsprechend Druck, wie wir hier gesehen haben, auf die Aktie. Bei der nächsten Aktie habe ich mich richtig erschrocken, minus 90 Prozent, aber das war ein anderer Grund dahinter. Genau, zum Glück nicht. Das war ein 10 zu 1 Split. Das heißt, sieht natürlich alles nur dramatischer aus, als es im Endeffekt ist. Dennoch, man darf sich nicht drüber hinwegtäuschen, dass die Aktie hat tatsächlich von ihrem Hoch bei fast 1.500 Euro jetzt bei 250, 300 notiert. Also das ist leider die Realität. Und Shopify war ja der Corona-Gewinner schlechthin. Für alle, die sie nicht kennen, das ist ja der Betreiber für die ganzen E-Commerce-Geschäfte und für generell alle Webseiten, über die die Verkäufe geregelt werden. Das heißt, fast alle Läden, die irgendwas online anbieten, vor allem eher kleinere und mittlere Unternehmen in der Größenordnung, benutzen Shopify als Dienstleister dafür. Und die haben sich entsprechend natürlich in Corona sehr gut halten können, sehr viel verdient. Allerdings scheint jetzt da doch ein gewisser Realismus zurückzukehren, dass die Menschen nicht alles online kaufen werden und dass der Dienstmann Shopify nicht unendlich schnell wachsen kann. Und es war auch damals so, dass als die Firma noch hoch im Kurs war zu Corona-Zeiten, wir teilweise eine Marktkapitalisierung für über 100 Milliarden hatten. Das ist vergleichbar mit einer Fluglinie, mit einer Delta Airline. Also auch da vielleicht ein bisschen zu weit nach vorne gelaufen, aber jetzt sicherlich auf einem attraktiveren Niveau. Bleiben wir mal zu Hause in Deutschland und nicht in Kanada. Da haben wir natürlich in jeder großen Stadt mindestens eine H&M-Filiale und da gab es jetzt auch Quartalszahlen. Genau, die H&M-Quartalszahlen sind grundsätzlich gut ausgefallen. Man hat ja doch größere Sorgen bezüglich des E-Commerce-Sektors. Also wenn man sich den gesamten Bereich ansieht, ob online, primär online, aber auch für die stationären Läden, dann sind die Kursverläufe sehr negativ. Anders kann man es leider nicht ausdrücken. Ob es eine ASOS ist oder eine Indie-Tags oder eben die Zalando und sonst wer, die sind auf jeden Fall stark unter Druck gewesen die letzten Monate. Und dagegen ist eben jetzt die Quartalszahlen von H&M auf jeden Fall ein erfolgreiches Zeichen, dass es vielleicht doch nicht so schlecht ist. Gleichzeitig aber auch vielleicht wichtig, dass das Konsumentenverhalten eher dazu neigt, dass man jetzt auch, ja, ich möchte nicht sagen, auf H&M zurückweicht, aber H&M war jetzt nie bekannt als Luxusmarke in dem Sinne und 2020, 2021 waren ja die Luxusmarken und auch teure Kleidung auf jeden Fall sehr hoch im Trend und mit der steigenden Inflation sind sich die Leute vielleicht bewusst, dass der Geldbeutel am Ende nicht mehr so voll ist und dann gehen die doch lieber wieder bei H&M einkaufen, wie sie es früher gemacht haben. Und damit ist auch der Einkauf letzten Endes ein Luxus, auch wenn es keine Luxusmarke ist, könnte man so zumindest darstellen. Aber schöne Erholung heute, 4,7 Prozent, die werden wir weiterverfolgen. Vielleicht ist es ja auch eine Bodenbildung. Ja, wir schauen auch gerne, was es noch heute an Terminen gibt, denn der Kalender ist gefüllt, insbesondere weil es ja beim EZB-Treffen sehr, sehr viele Wortmeldungen gibt. Nicht nur von Christine Lagarde, der EZB-Präsidentin selbst, sondern von vielen anderen Ratsmitgliedern seit Montag schon und heute parallel. Und das gab es meines Erachtens auch bisher noch nicht. Daher spricht Christine Lagarde und auch der Fettchef Jerome Powell. Es ist derselben Zeit, ab 15 Uhr. Wenn wir das ein bisschen zurück aufrollen, den Zeitplan haben wir 14.30 Uhr noch das Bruttoinlandsprodukt aus den USA, die persönlichen Konsumausgaben und 14 Uhr die Verbraucherpreise aus Deutschland sowie MBA-Hypothekenanträge jetzt gleich 13 Uhr. Am Morgen gab es schon Geschäftsklimaindex, Industrievertrauen, wirtschaftliches Vertrauen aus der EU. Das war alles besser als die Erwartungen, aber dennoch schlechter als die Zahlen davor. Also so ähnlich wie beim GfK-Konsumklima gestern und die Geldmengen wurden heute Morgen auch schon vermeldet. Ein ganz besonderes Highlight haben wir in dieser Woche auch noch vor uns und zwar der Frank Helmes wird ein Webinar mit uns durchführen am Freitagabend 19 Uhr. Das gab es in diesem Quartal nicht. Ist also bisher immer verschoben worden. Diesmal findet statt. Diesen Freitag 19 Uhr bitte vormerken. Die Links gibt es unter dem Video entsprechend. Ja und ich freue mich, wenn wir hier auch über die anderen Kanäle vernetzt bleiben mit Ihnen als Zuschauer und wir sowieso. Mischa, vielen Dank für deine Expertise und erfolgreiche Handelswoche noch. Ja, danke dir und natürlich dir und den Zuschauern auch eine erfolgreiche Handelswoche in diesen doch volatilen Zeiten. Danke, bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.